Vorwärts machen. Ja komm. Diese Schlacht machen wir, die werde ich nicht verlieren. Ich bin nicht so gut im Sterben. Kampfmodus. Ich hab mit der KI schwer zu kämpfen. Wenn ich sage Angriff, dann müssen sie angreifen. Dann müssen sie nicht irgendwie sich ausbreiten. So, das nervt mich ein bisschen. Sprechen sie irgendwas? Ne, sprechen nichts. Schade. Ja toll. Ja hier ist schon am besten oder? Da gibt es nur einen Turm. Aber wir können nicht da drüben bauen. Äh, aufstellen. Ja, wir müssen hier. Okay. Die sind gut. Ähm. Das sind wahrscheinlich die guten. Die normalen. So. Ähm. Das ist ein Archer. Ja. Machen wir mal eine Gruppe. Wo ist die Gruppe? Da. So. Ähm. Die machen wir mal nach vorne. Das ist jetzt der Unterschied. Nein. Die machen wir nach hinten. So. Bogenschützen. Gruppieren. Ja, toll. Sie behalten die. Ja, toll. Kopieren. Aus. Jetzt. So. Natürlich die. Ramböcke in die Mitte. Wieso müssen eigentlich Fernkämpfe diese Ramböcke? hier. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. So. Und hier auch. jetzt. Jetzt. Gruppieren. So. anführen natürlich nach hinten. Jetzt die. Pferde. Okay. Und ähm. Die Pigments. Nach vorne. Gut. Haben wir alle. Ja. Schlacht starten. Ja. Wir haben heute nichts. Entgegenzusetzen. So. Wie machen wir das am besten? Ja. Ich merk's. LOL. Stoppt. Stoppt. Geht ein bisschen weiter nach hinten. Die kommen. Die kommen. Die greifen an. Das sah ich noch nie. Bei so einer. Unterlegenheit. Ja. Greif an. Äh Ding. Mach die Sperre runter. Wieso greift ihr nicht an? Ist doch gut. Irgendwie sind die Furtstum. Die haben irgendwas. Falsch. Im Kopf. Sind irgendwie so extrem schwach. Ich hab noch fast keine. Truppen verloren. Das ist sogar nach der Anführer wahrscheinlich. Okay. Jetzt hab ich ein paar Truppen verloren aber. Das macht nix. Ja. Der feindliche König wurde erschlagen. Awww. Das tut mir leid. Wir müssen zuschlagen. Solange das Eisen noch heiß ist. Der feindliche König ist. Der feindliche König ist. Das war die Furtstum. Das war die Furtstum. Dankeschön! Der Ansturm! Der Samurai! Richtig genial! Jetzt gibt es geschnitzelt! Hier hört jetzt auf! Ich finde nur und die Samurai kämpfen jetzt hier! Das gibt's ja für Wurst! Unsere Männer gewinnen die Schlacht! Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind! Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind! Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns! Angreifen, hopp! Wie die sich durchwusten! Richtig! Die kommen nicht mehr vor! Oh Gott! Das nennt man KI! Das sind die Türme, die so stark sind! Und wir sind zu schwach! Oh! Jetzt gibt es wirklich Hackflash! Splash! Irgendwie! Ah jetzt! Die haben zu viel Leben! Wahrscheinlich! Wir haben ein paar Mal getroffen und überlebt! Gepriesen seien die Heiligen! Unsere Männer haben... Unsere Männer gewinnen die Schlacht! Es sind viele Truppen verloren in den Türmen! Aha, es gibt noch Truppen! Wo kommt die Erde? So, das reicht mir! Also neues Feindkämpf! Was ist denn? Was ist denn? Ach, Flucht! Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren! Hackfleisch! Was sind denn die? Ja, die kommen nicht mal! Wieso kommt die... Ah! Hierzu ist... Okay! Jetzt reicht's mir! Ähm... Das sind die Symbolen! Auf den Rambuk! Okay! Wir haben null Chancen! Ja jetzt! Das ist der Fall! Okay! Das ist der Fall! Pferde! Ja.. Deswegen! Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Ja, was soll man zu dieser Schlacht sagen? Irgendwie ein bisschen sehr unfair für die Gänge. Ja, die können nichts machen. Die können nichts machen. Ja, da hätte ich einfach die Freiheit und das Geld für ein neues Herz im Moment. Ja, wir sterben meine Truppen. Sie sterben aber heldenhaft. Sie verteidigen sich alleine. Ja, ihr seid aber weit. Und wie die ja wieder abgeschossen werden. Da meine ich ja Rambock immer an schwere Kavalerie, äh Infanterie geben. Aber nein, das Spiel versteht es mir gar nicht. Der Rambock hat seine Arbeit getan. Jetzt ist es Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. Die feindliche Armee flieht. Wir müssen sie verfolgen und die Strecke bringen. Wir müssen schnell die Kavalerie bringen. Nicht mit dem Rambock, bitte. Rambock weg. Jetzt kommt aber. Jetzt seid ihr nichts mehr. So. Äh. Und jetzt? Ist ja neben dem Er da. Oder auch hier. Irgendwo hier. Sucht Bild. Findet die gegnische Truppe. Das ist ein klarer Sieg. Wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Das ist ein klarer Sieg. Nur so wenig verloren. Okay. Ich dachte es wäre ein merkwürzer. Yeah. Gute Fragen bekommen. Nett, nett. Man bekommt in diesem Spiel fast keine Fragen. Darum ist es richtig nett. Die KI macht eine kleine Schlacht. So. So. Äh. 1000 zu 50 Leute. Und bekommen alles. Äh. Sie sind zersplattert. Wir haben geliebt. Äh. Dinge. Erfahrungsding. Und so. Extrem unfair. Ja. Aber wir sitzen. Feindarmee vertrieben. Drei Furcht. Das ist eins mit so Ritterlichkeit. Schmied. Hafen. Natürlich der Hafen. Oder nein. Das Rathaus. Ähm. Ihr habt hier keine Leute. Doch habt ihr doch. Aha. Keine weitere Einheit dieses Tipps vorhanden. Nun gut. Wenigstens zuerst der Buddhismus hier. Oh es gibt noch eine große Stadt. Und das ist jetzt die Hauptstadt. Aha. Ja. Zuerst natürlich. Die Hauptstadt angreifen. Wir werden niemals aufgeben. Ja. Mein König. Mein König. Mein König. Eure Befehle. Mein König. Jo. Eure Befehle. Ich denke mir. Es wird nicht viel ausmachen. Marschiert. Los. Wir werden noch ein paar. Turkmenen. Nein. Ist das geil. Naja. Lassen wir es. Eine Bombarde. Ha. Wir nehmen Bombarden mit. Auch geil. So. Wohin geht es? Wessen Zeit ist ein genau. Der Ninja macht man sich auf. Ja. Mein König. Ein Ziel bitte. Ja. 7%. Oh Gott. Wie ihr wünscht. Die Mini-Ding sind ja gar nichts mehr wert. Die ähm generelle bekommen viel zu gute Bonis. Über. Ähm. Dann können wir mal einen Spion irgendwo ausbilden. Ja. Hier. Ich will mal wissen ob hier drüben noch das Reich von den Winx sind. Okay. Ja. Die haben fast keine Truppen mehr. Die werden bald untergehen. Dann. Speichern wir nochmal. Ja. Aber mit Graus ist es bitte. So. Das nächste. Oh. Wo haben sie jetzt diese Truppen her? Kommt doch einfach näher! Ich freue mich auf den Kampf mit euch! Ja. Ein bisschen Verlust gemacht. Also in Peking. Wir müssen unbedingt hier irgendwas bauen. Nein. Wissen wir nicht. Die Mine. Sieht schwangen. Das Bordell. Nein. Ja. Was wollen wir hier machen? Fruchtfolge. Damit die Stadt ein bisschen ausgebaut wird. Okay. Ja. Der Agent natürlich. Und Polen. Das Rämische Reich sind. Frieden. So. Ja. Dacht ich's mir. Ich dachte ich's mir. Ich dachte ich's mir.